Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen nur eine gekürzte Version. Guten Tag, liebe Hörer. Mein Name ist Matthias Burchardt und ich heiße Sie herzlich willkommen zur Sendung Philosophieren. Im Kontrafunk, dem Austragungsort des Endspiels um Freiheit und Menschlichkeit. Gemeinsam mit Alexander Christ diskutiere ich von Woche zu Woche alltägliche und tiefgründige Themen. Heute bin ich allein bzw. habe einen Gast eingeladen und spreche aus gegebenem Anlass mit Prof. Dr. Günther Scholt über das Kicken. Was macht den Reiz des Fußballs aus? Und warum ist die schönste Nebensache der Welt in den letzten Jahren zum Vehikel von Kommerz, Politik und Ideologie herabgewürdigt worden? Und natürlich klären wir auch die wichtigste aller Fragen. Wird Deutschland in diesem Jahr Europameister? Hören Sie zu, philosophieren Sie mit. Philosophieren im Kontrafunk Heute mit Prof. Dr. Günther Scholt und mir, Matthias Burchardt, zum Thema Kicken. Herzlich willkommen, Herr Prof. Scholt. Ja, schönen guten Tag. Prof. Dr. Günther Scholt ist Germanist und Historiker und hat ein Buch geschrieben »Fußball war unser Leben, wie Kommerz und Politik die schönste Nebensache der Welt fast zerstörten« erschienen in der Edition Sonderwege im Manuskriptum Verlag. Herr Scholt, haben Sie denn am Freitag auch das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft gesehen? Ja, natürlich. Man muss ja ein bisschen Bescheid wissen. Mit welchem Blick haben Sie auf diese Übertragung geschaut? Hat es sich sportlich interessiert oder haben Sie auch politische Aspekte verfolgt? Ja, es waren natürlich beide. Also sportlich war es auf jeden Fall, denn ich habe mich über Jahrzehnte mit Fußball beschäftigt. Also sozusagen als Amateurkicker, gelegentlich auch mal Spielertrainer, insbesondere als Fan und irgendjemand, der ehrenamtlich aber nicht gewünscht Hilftrainer des Bundestrainers gewesen ist. Also das war schon eine leidenschaftliche Beziehung und jetzt in der letzten Zeit ist diese Beziehung etwas erkaltet, weil, wie bereits im Titel angedeutet, Kommerz und zwar Hochkommerzialisierung und vor allem eine schamlose Politisierung, die sich diesen wunderschönen Privatraum erobert hat, mir ein bisschen den Spaß daran verdirbt. Jetzt machen Sie mich natürlich neugierig. Inwiefern waren Sie denn die rechte Hand des Bundestrainers? Ja, natürlich bei jeder Aufstellung wochenlang vorher war man hitzig dabei im Kreis der Kameraden, die da auch Ansichten äußern, fand, dass diese oder jene Spielerentscheidung natürlich völlig falsch und meine eigene die einzig richtige gewesen sei. Das hat nicht immer sozusagen allgemein überzeugt, aber die Sache selbst, der Weg sozusagen hier zur idealen Fußballmannschaft zu kommen, war ja schließlich das Ziel. Das haben Sie aber betrieben wie die 97 Millionen anderen Bundestrainer in Deutschland. Selbstverständlich, selbstverständlich, da hatte ich gehilfen. Ja, okay, jetzt verstehe ich das auch richtig. Was ist Ihnen aufgefallen am Eröffnungsspiel? Also wenn ich mal aus meinen Erfahrungen berichten darf, habe ich zum einen die Feststellung beim Spielen der Nationalhymne bemerkt, dass der Moderator als Titel der Nationalhymne nicht Einigkeit und Recht und Freiheit, sondern auch noch Vielfalt ergänzt hat, was nach meinem Kenntnisstand nicht Bestandteil des Originaltextes ist. Dann habe ich gesehen, dass hinter dem Stadion in München auch eine Windkraftanlage aufgebaut wird und bei der Eröffnungsspektakel gab es sowas wie eine Dekonstruktion der Nationalsymbole und Fahnen durch einen Ikea-Kindergeburtstag, wo man also mit großen Punkten und vielen Farben eigentlich ein Schauspiel aufgeführt hat, das aber keinen Bezug hatte zu den teilnehmenden Nationen. Oh, da haben Sie ja sehr subtil beobachtet. Ich habe relativ spät eingeschaltet, weil ich insbesondere diese Präliminarien, die zum Teil etwas Penetrantes haben, häufig gar nicht mehr sehen will. Also das habe ich mir irgendwie angewöhnt, als damals noch nur Teile, die Hymne gesungen haben und Ähnliches. Also da kann ich nichts zu sagen, aber es würde natürlich voll das bestätigen, was auch anderweitig diagnostiziert ist. Ich habe es mir tatsächlich nur aus wissenschaftlichen Gründen angetan, ansonsten erspare ich mir das auch. Nein, nein, das habe ich zum Beispiel gemacht während der letzten Weltmeisterschaften. Also ich habe an dem Buch knapp zwei Jahre geschrieben und die letzten Weltmeisterschaften habe ich tatsächlich intensiv gemustert, aufgezeichnet und bis hin also zu jedem Reporter-Kommentar, respektive Reporterin-Kommentar, denn das muss ja unbedingt da sein, dass die jeweiligen Plattitüden männlicher Berichterstatter auch noch durch weibliche ergänzt werden. Und das habe ich fast protokolliert und auf diese Weise sehr verknappt. Also dieses ganze Material ist glücklicherweise inzwischen im Container gelandet. Aber das habe ich diesmal nicht mehr gemacht. Seit das Buch geschrieben ist, bin ich sozusagen Fußballpflicht befreit. Was haben Sie denn sportlich gesehen, um dieses Nusspiel abzuschließen? Ist die deutsche Mannschaft Titelanwärterin? Kann sie sein? Es hängt von sehr vielen Fragen ab. Ich werde ja gelegentlich zu Prognosen veranlasst und kann da nur auf eine Episode meiner Jugend verweisen. Ich hatte damals nun wirklich sämtliche Spielerberichte, sämtliche Leistungskurven von allen Ligen Deutschlands im Kopf. Habe ich mit meiner Mutter zusammen Toto gespielt. Und als die nach einem halben Jahr zum ersten Mal gewonnen hat und ich nicht, eine völlig ahnungslose Dame, die Reihen zusammenfügte wie eins, wie was weiß ich, elf oder zwölf Einsen, elf Zweien und Nullen. Als damals zum ersten Mal sie gewann und ich nicht, habe ich das Prognostizieren eigentlich eingestellt. Etwas seriöser, eine ganz bestimmte Sache ist kaum zu prophezeien. Eine schwache Minute, eine Schiedsrichterleistung, ja das sind alles Plattitüden fürs Frasenschwein. Eine ganz bestimmte Konstellation, wie man zusammentrifft und plötzlich ist man draußen. Also dass Deutschland diesmal besser ist und sicherlich vorne mitspielen kann, das glaube ich. Aber sozusagen mich auf einen Titel festlegen, das kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob Sie Michael Meinen kennen, den Professor für Medientheorie aus München, der sich auch viel mit Fußball beschäftigt. Der sagt, die Chancen stehen diesmal schon deshalb gut, weil die Bundesregierung an einem Titelgewinn interessiert ist und deshalb die Politisierung ein wenig herunterfährt. Naja, das kann man so sehen. Die Politisierung ist sicherlich nicht mehr so stark wie in Katar. Aber trotzdem, also Faeser und Co. und insbesondere Philipp Lahm, die tun schon einiges. Und was weiß ich, 200 Veranstaltungen im Vorfeld bis in die Grundschule, überall wo dann Sportler auftreten, die eine ganz bestimmte Ideologie vertreten und insbesondere politische Ausgrenzungspolitik betreiben. Das war schon eine ganze Menge und Sie werden auch sehen, dass diese Leute bei einem Erfolg sich das alles auf ihre Fahne schreiben würden. Natürlich. Wir mussten schockierende Schlagzeilen lesen vor Eröffnung der EM, die nicht etwa sportliche Fragen betrafen, sondern politische oder gar moralische Fragen. Zum Beispiel sind 20 Prozent der Deutschen scheinbar mit dem Wunsch beseelt, dass es mehr weiße Nationalspieler geben möge. Und dann hat die Sportschau auch noch festgestellt, dass es diesmal keine weiblichen Schiedsrichter bei dem Turnier gibt. Wie deuten Sie solche Schlagzeilen, solche Thematisierungen? Ja, letzteres, keine weiblichen Schiedsrichter ist natürlich was ganz Fürchterliches, aber ich frage mich, weshalb es die überhaupt geben braucht. Es ist doch wunderbar, wenn weibliche Schiedsrichter ihre Spiele pfeifen. Da haben sie doch genug zu tun. Ich bin überzeugt davon, dass auch dort ein gewisser Mangel herrscht. Warum müssen sie das tun? Nicht, dass sie das nicht unter Umständen auch könnten, aber um eine Entscheidung in Zehntelsekunden zu treffen, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, dass man in einem bestimmten Bereich sozialisiert wurde. Das heißt, dass man über Jahrzehnte praktisch dort seine Entscheidungskriterien gewonnen hat. Männlicher Fußball ist etwas anderes als weiblicher Fußball und männlicher Fußball wird auch anders entschieden. Das könnte, wenn man das wollte, sogar angeblich wissenschaftlich erhärtet werden. Denn es gibt sogar unterschiedliche Arten zu pfeifen, wenn ich das in England oder mit Deutschland vergleiche. Warum sollte denn das, was sozusagen, wie gesagt, in Sekundenbruchteilen entschieden wird, warum macht man denn diese spektakulären Experimente nur, keine Nutzende Gleichheit in allen Dingen einzubringen? Das ist doch überhaupt kein Problem eigentlich. Gut, das war das eine. Jetzt kommen wir zu diesen schockierenden Statistiken, die ich grundsätzlich in Analogie zu Churchill erst einmal glaube, wenn ich sie selbst gefälscht habe. Es geht auf das Problem Rassismus hinaus. Und das, was mit diesem inzwischen völlig verkommenen Schlagwort ein Unheil angerichtet hat, ist mindestens so groß wie das, wovor uns diese Diskussion angeblich schützt. Wir könnten jetzt wahrscheinlich eine bis zwei Sendungen alleine über dieses Problem machen. Aber zumindestens einige Dinge müssen hier klargestellt werden. Wollen wir das ein wenig nach hinten schieben, weil wir das im Hinblick auf die Ideologisierung thematisieren wollen? Ich danke Ihnen zunächst einmal für Ihre ersten Einschätzungen und möchte vorschlagen, dass wir nochmal diesen kritischen Aspekt Ihres Buches insofern stark machen. Wenn Sie nämlich sagen, hier geht etwas verloren, hier geht etwas kaputt, hier ist etwas bedroht, würde ich gerne erstmal würdigen, was da eigentlich so schön und kostbar ist am Fußball, sodass es sich auch lohnt, das kulturell, menschheitlich zu verteidigen, bevor wir dann mit Kommerzialisierung, Politisierung, Ideologisierung und Medialisierung die Krisensignale genauer analysieren. In dem Zusammenhang wäre dann eben auch der Rassismusvorwurf oder die Konstruktion einer Rassismusdebatte zu betrachten. Was macht für Sie den Reiz des Fußballspiels aus? Ja, ich glaube, das ist was ganz Archaisches. Erstmal, es ist die Verbindung von Spiel und Kampf und das haben wir normalerweise in uns. In der zivilisatorischen Gesellschaft ist es zunächst einmal dadurch verdrängt, dass wir einfach nicht mehr so viel körperlich tätig sind und von daher eine Notwendigkeit, sich auch entsprechend zu bewegen. Wunderbar ist die Verknüpfung von Spiel und Kampf und gelegentlich geht es ja auch ganz schön zur Sache. Aber das ist in ritualisierter Form, das ist human eingehegt und von daher kann man hier tatsächlich auch a. seine Aggressionen ausleben, b. auch seine Fähigkeiten schulen, miteinander anständig und offen zu streiten. Etwas, was sozusagen diese Gesellschaft, nicht zuletzt in der Politik, offenbar gar nicht mehr erlaubt. Sondern hier gibt es ja eine richtige Meinung, die vertreten die Kartellparteien bzw. die Pseudo-Opposition und dann gibt es eine falsche Meinung, die sozusagen nur Ketzer vertreten und die muss man dann politisch kriminalisieren. Das ist hier anders. Hier wird wirklich gestritten um eine Sache und die Wahrheit liegt auf dem Platz. Es kommt noch hinzu, dass Fußball-Assoziationen an allen möglichen Bereichen, auch kulturelle Dinge, erlaubt, die sicherlich auch etwas mit menschlicher Befindlichkeit zu tun haben. Da ist das Theaterspielen. Es gibt ja kaum eine spannendere Auseinandersetzung als so ein Fußballspiel. Dann haben wir das ganze Szenario, das, was psychisch abläuft. Ich habe in dem Buch, ohne dass ich mich jetzt und meine eigene Karriere in irgendeiner Weise anders als ironisch betrachte, ich habe einmal geschildert, wie ich, ich glaube es war es, Viertelfinale im Saarlandpokal mit meiner Mannschaft ausgeschieden bin. 6 zu 3 hatten wir geführt und dann kam das, was sozusagen im griechischen Drama bzw. in der Kultur die Hybris nannte, die Überheblichkeit. Und wir haben dieses Spiel dann noch nach einem 6 zu 6 im Elfmeterschießen verloren. Ich saß anschließend stundenlang zu Hause. Ich war komplett leer und habe sozusagen begriffen, das, was die griechischen Katars ist. Reinigung durch Früchte mit Leipzig, habe irgendwelche sinnlosen Bilder im Fernsehen angestürt. Ich glaube, es waren laufende Lokomotiven damals im Fernsehen. Ich konnte einfach, ich war fertig. Und ähnlich ging es mir im Spiel, dass die deutsche Mannschaft in Mexiko verloren hat gegen Italien, allen hin und her. Ich sah morgens auch sozusagen in der Universität, auch im Seminarraum, buchstäblich bleiche Gesichter. Man war durchgerüttelt. Also das sind schon Erlebnisse. Wenn man als passionierter Fußballspieler die hat, die vergisst man nicht mehr. Ich erinnere mich als Kind an das Ausscheiden gegen Österreich in Cordoba und weiß noch, wie meine Welt zusammengebrochen ist. Es war quasi eine ontologische Erfahrung, also nicht nur eine Sportnachricht, sondern eine gewisse Getragenheit durch den Kosmos. Er hat sich völlig aufgetan und ich habe mich gefühlt, als würde ich abstürzen in den unendlichen Weiten, von dem Blaise Pascal spricht, wenn er das Horror Vakui beschwört. Ja, 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 das ist ein gutes Gefühl. Übrigens für Österreicher ist das natürlich komplett umgekehrt. Ich habe Verwandte in Vorarlberg beziehungsweise Wien und für die ist das eines ihrer größten gemeinsamen positiven kollektiven Erlebnisse. Und das ist auch interessant. Es gibt ja wie üblich mit Nachbarn immer kleine Eifersüchteleien und Rivalitäten. Und ich finde es wunderbar, dass die auf diese Weise ausgetragen wird. Es ist eine Art von zivilisatorischem Krieg. Man darf da gar nicht so vorsichtig sein mit diesen Metaphern. Ein holländischer Autor, dessen Name ich leider vergessen, hat das mal im Studium gesagt, als er gefragt wurde, ob nicht diese Auseinandersetzungen Formen von Krieg annehmen. Was sie natürlich auch schon rein rituell sind. Die Uniformen, das ist ja nichts anderes, als dass die Aufmärsche der Fans und der gleichen Uniformen, meine ich als Trikots und der gleichen, die entsprechenden Choreografien, das hat ja etwas von Schlacht. Aber der sagte, ob ihn das in der Tat nicht störe, dass da sozusagen Kriegsassoziationen geweckt werden. Er sagte, nein, ist doch schön. Womit er natürlich nicht schockieren wollte, sondern bezog sich darauf, dass wenn man auf diese Weise miteinander streitet, offensichtlich die militärische Konfrontation nicht gebraucht wird. Und das Perverse und das im Wortsinne gemeinte ist die Umstülpung der Arena, die auf der einen Seite jetzt im Inneren in Wattebäusche gepackt ist und diskriminierungsfrei und mikroaggressionserwers kommuniziert, während auf der anderen Seite relativ leichtfertig über den realen Krieg gesprochen wird. Insofern ist es mir schon lieber, wenn das in der Arena stattfindet. Sie haben ja noch eine weitere Parallele aufgemacht, nämlich die zur Religion. Ja, das ist etwas, was ich mit Unbehagen betrachte, muss ich sagen. Diese Art, wenn der argentinische Präsident von Millionen, die nach Buenos Aires gekommen wären, wir verehren in Messi unseren Messias und so weiter. Da kann ich damit nicht gut umgehen. Also ich muss es sagen, dass es natürlich für viele in einer säkularisierten Zeit tatsächlich etwas zu tun hat mit Ersatzreligion. Aber was mir persönlich gefällt, ist nicht besonders. Auf der anderen Seite, das ist ja auch interessant, wir kommen ja nachher nochmal darauf zurück, deswegen hat man ja auch in der politischen Theatralik etwas Religiöses übernommen. Warum, wenn die bei BLM, also bei Black Lives Matter, wenn die dort Asknien einführen, das gehört in die Kirche. Aber da gehört es nicht hin auf den Fußballplatz. Ja, das sind diese vielen kleinen Verschiebungen und Perversionen, die das Ganze so schwierig machen. Andererseits, glaube ich, gibt es ein Bedürfnis nach Transzendenz, das sich in der Kirche möglicherweise heute gar nicht mehr erfüllt, weil sie selber zum Ideologieausträger geworden ist, sodass die Menschen dieses archaische Ritual des zezensischen Spiels, wo es vielleicht auch um Menschenopfer geht oder wo das Blut auffließen darf, vielleicht auch mit einer gewissen Sehnsucht nach Metaphysik, nach Transzendenz, nach Spiritualität wahrnehmen, die sich verkörpert in diesem Stellvertreterkampf, der ja theatralisch und kirgerisch und zugleich auch vielleicht religiösen Spuren hat. Also nachvollziehen kann ich es, wobei es wie jede Form von Irrationalismus natürlich immer auch Probleme in sich trägt, wenn es vor allem politisch ausgebeutet wird. Also das könnte ich völlig unterschreiben. Und umso gefährlicher ist, dass wenn ein solcher Ersatz religiöser Raum jetzt durch aktuelle Politik besetzt wird, denn da gehört sie nicht hin. Wir wollen keine Theokratie haben, hier auch keine Wissenschaftstheokratie in Sachen, was weiß ich, Corona, Klima und so weiter. Das ist etwas, was einem echten Diskurs vollkommen zuwiderläuft. Und wenn das vermeckt wird, ist das eine ganz brisante Mixtur, die man unbedingt zumindest zur Kenntnis nehmen sollte. Absolut. Ich möchte trotzdem gerne noch in ein paar Schritten den Wert dieses Spiels aus philosophischer Perspektive feiern. Und zwar wirklich im Wortsinne. Einen Aspekt haben Sie schon angedeutet, die problematische Vorhersehbarkeit. Wir haben ja also ein Zufallselement, der erkörpert vielleicht durch den runden Ball. Und wir haben den menschlichen Verfügungswillen, diesen Ball durch Techniken, Verwissenschaftlichung, Metriken, KIs und so weiter, so zu manipulieren, dass dabei ein berechenbares Ergebnis herauskommt. Und das Schöne ist ja eben, es bleibt unberechenbar. Das Unverfügbarkeitselement, das Schicksal, der Zufall, aber auch die Leistungen der Mannschaft gegenüber den hochbezahlten Edelkickern, die bleiben unwägbar. Und insofern bleibt das Spiel auch immer offen im Ausgang. Grundsätzlich ja. Man kann, das wird ja auch systematisch gemacht, man kann alles verwissenschaftlichen. Wenn das stets zum Erfolg führte, dann hätten die SAP oder anderen Digitalprogramme, die da entworfen wurden, ja nun schließlich uns in den letzten Jahren zu wunderbaren Erfolgen geführt. Nein. Also wie gesagt, es ist zum Teil schon abenteuerlich, in welcher Weise Dinge berechnet werden. Es gibt dann angeblich wissenschaftliche Elfmeter-Forschung und dies und das. Können Sie dazu bitte ein bisschen mehr noch sagen, weil ich habe das im Buch gelesen und war fasziniert. Also da geht es halt um Schusswinkel, Anlaufgeschwindigkeit und so ein Kram. Alles Mögliche und ob die Heimmannschaft und mehr. Es kommt aber letztlich, zumal man immer auch noch Gegenstudien berücksichtigen muss, es kommt letztlich darüber hinaus, dass ungeheuer viel eben nicht auf diese Weise feststellbar ist. Einige Ergebnisse laufen explizit in diese Richtung und deswegen gibt es, glaube ich, auch eine sportwissenschaftliche Dissertation, die sozusagen darauf hinausläuft, dass es eben gar keine Signifikanz gibt. Ich glaube auch nicht, dass man auf diese Weise extrem weiterkommt. Selbstverständlich kann man Laktatwerte abholen. Man kann sehen, ob er fit ist. Ein guter Trainer, was weiß ich, wie Otto Rehagel, der wusste auch so, ob sein Basler durch gelegentlichen Alkohol- oder Nikotingenuss sozusagen die Idealkondition hatte, aber hat gesagt, den brauche ich und den setze ich trotzdem ein. Der wusste eigentlich in dem Prinzip, es gibt da, ich glaube, Branko Savage war es, glaube ich, in Hamburg, der wusste, dass am ersten Tag des Trainingsbeginns im Sommer, da hat es, ich glaube, Kevin Keegan, ja, Kevin Keegan hat da mal berichtet, der hätte die zwei Stunden lang traben lassen, hätte auf dem Medizinball gesessen, mitten im Stadion. Die Leute wären dort reihenweise umgefallen, gekotzt und dann hätte er ihn gefragt, als er wegging, warum er das macht, er sagte, da weiß ich in einem Training, auf wem ich verlassen kann. Also es gibt viel einfache Methoden, aber grundsätzlich, nein. Man kann sicherlich eine ganze Menge tun, indem man die Augen misst und alles mögliche. Dennoch, ich bin fest davon überzeugt, insofern bin ich hier im übertragenen Sinne Populist gegenüber dem Spezialistentum des Fußball-Sport-Establishments. Ich bin absolut überzeugt, dass das Entscheidende eben nicht übertragen wird und es ist Charakter von Spielern und Charakter von einer Mannschaft. Wenn man ein Team bildet, stimmt fast alles nicht mehr. Und da sieht man ja, dass die Besten zusammengestellt immer wieder scheitern. Es gewinnen ganz selten, ganz selten die Mannschaften, die man vorher aufgrund ihrer spielerischen Ästhetik oder der Klasse der Einzelspieler sich als Weltmeister wünschte. Das freut mich als konservativen Menschen natürlich ungemein, dass gewachsene Charaktere, Mentalitäten, kulturelle Eigenheiten, aber auch die Individualität stärker sind als sozial konstruierte Artefakte, die zusammengestellt werden nach vermeintlichen wissenschaftlichen Kriterien. Das haben wir auch im Hinblick auf Gesellschaft, dass man auch der individuellen Anschauung der Urteilskraft des Einzelnen völlig misstraut und stattdessen einem Regime von Wissenschaftlern und einer Test- und KI-Industrie das Wort redet, während das eigentliche Leben ganz woanders spielt. Und das ist wahrscheinlich auch die Lehre des Fußballs, was sich dann an einzelnen Ergebnissen auch zeigt. Naja, man könnte ja zynisch sagen, dass sozusagen die künstliche Intelligenz geradezu jetzt erfunden oder eingesetzt werden muss, weil es offenbar an den Universitäten mit der natürlichen nicht mehr reicht. Das wäre sozusagen kein Wunder, in der Art, wie man dort den Nachwuchs rekrutiert. Nun war ja die Intelligenz niemals das entscheidende Kriterium an den Universitäten. Oh, jetzt haben wir ein neues Thema. Aber beim Fußball zumindest hatten wir immer noch was, wir haben uns früher immer mockiert über die vermeintlich schlichten Äußerungen von Fußballspielern. Was wir da aber völlig unterschätzt haben, ist sowas wie eine leibliche Intelligenz, eine Wahrnehmungsintelligenz, eine Bewegungsintelligenz, auch eine Spielintelligenz, die gerade nicht sprachlichen Charakter hat, die in diesem Milieu natürlich wachsen durfte und eben befreit war von Überhöhungen der Rationalisierungen. Gerd Müller war ein klassisches Beispiel für diese körperliche Intelligenz, dieses Instinkt. Von ihm gibt es den Ausspruch, ob erfunden oder nicht. Wenn ich denke, klappt es nicht mehr. Und ich habe aber das Gegenteil davon gemacht. Den haben die mal einen steil geschickt, den in Karlslautern habe ich mir das Spiel angesehen, die Bayern München. Eigentlich hätte er alleine aufs Tor laufen können. Er hat instinktiv gewusst, ich komme da nicht hin mit meiner Stelligkeit. Hat den Ball gestoppt, hat gewartet, hat glaube ich Hönes abgespielt, ist nochmal vor, hat sich anspielen lassen und das Tor gemacht. Und dieses instinktive Drehen, der wusste immer, nein, nein, das darf man nicht unterschätzen. Das hat gar nichts mit der sonstigen Intelligenz zu tun. Und das ist übrigens auch ein Problem, dass hier unsere Kicker, wenn sie sich denn so politisieren lassen, hier eigentlich eine Statusprominenz missbrauchen. Dadurch, weil sie in ganz bestimmten Bereichen eben top sind und zu Recht auch prominent, glauben sie, sie könnten auch in anderen Bereichen einem was sagen. Da haben wir ja einige Erfahrungen machen dürfen bei der Weltmeisterschaft in Katar. Da gibt es ja vor allem in Leon Goretzka ein Zugpferd, eine Schlüsselfigur, die, sagen wir mal, eine angemessene Würdigung ihrer sportlichen Leistung als Mandat für politische Äußerungen betrachtet hat. Und wir darüber vielleicht mal jetzt auf den nächsten Schritt, nämlich die Gefährdung dieser wunderbaren Sportart, durch Ideologisierung zu sprechen kommen. Was haben Sie beobachtet an der WM in Katar? Warum ist die so ein Desaster gewesen? Ja, es ging von Anfang an eigentlich praktisch mehr um Politik als um Fußball. Schon die Vorgeschichte, diese Art dort einzufliegen, diese Plakatierung, das Streit um irgendeine lächerliche Binde. Die Vorfeldberichterstattung, es hat ja nun Hunderte gegeben, wenn man alles das zusammenzählt, sogenannte Qualitätsmedien und Staatsfunk. Es war ein einziger Hype in eine ganz bestimmte negative Richtung, anstatt dass man sich intensiv darum gekümmert hat, was ist der Gegner und irgendwann ging das schief. Darf ich mal aus meiner Sicht kurz referieren, wie ich das wahrgenommen habe, weil diese Moralisierung, die der Besten da vor allem im Hinblick auf den Austragungsort, das politische Regime und die kulturellen Hintergründe dort an den Tag gelegt hat, hätten sich als Maßstäbe an das eigene Handeln, gerade nach der Zeit von Corona, doch zu einem relativen Bumerang erweisen müssen. Denn mit Bürgerrechten und so weiter hatten wir ja auch nicht gerade die beste Erfahrung. Und was mich auf fundamentaler Ebene gestört hat, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, da ist ein Land, das bereitet sich vor als Gastgeber für Fremde. Und was macht der Gast? Der fängt an, dem Gastgeber Regeln aufzudrücken. Ich fand das so unhöflich und so respektlos eigentlich. Also ich habe mich geradezu geschämt für diese Politisierung. Jetzt der rein politische Aspekt, ein Klaskamerad von mir ist Diplomat, der auch im Nahen Osten einigermaßen gearbeitet hat und der sagte, dass das eine pure Beleidigung ist, einen Gastgeber behandelt man nicht so. Dafür ist der Gast heilig. Insofern war diese Fäserreise, in der angeblich Rechtsschutz für die Sportler erkämpft wurde, wie sie es hier verkauft haben, natürlich völlig lächerlich. Da wäre nie was passiert. Und diese ganzen Kommentare der öffentlichen Rechten waren vielfach peinlich. kam noch hinzu, dass zur gleichen Zeit Habeck dorthin fuhr und einen Diener machte, wie ich ihn ikonografisch nur vom Foto kenne, was ich Hitler vor Hindenburg in Potsdam. Das hat mich zumindest vom optischen Eindruck ja sehr erinnert. Also mit anderen Worten, es war absolut verloben, kommt noch hinzu. Wenn man die Hintergründe dieser Katar-Kampagne sich nähert, da ging es um ganz große Sportdeals. Katar oder Saudi-Arabien sind eine Riesenprovokation für den europäischen oder amerikanischen Sportmarkt. Geht ja auch in anderen Sportbereichen. Da herrscht ein regelrechter Krieg. Das war es. Und insbesondere unsere angloamerikanischen Freunde sind ja immer, das kennen wir auch aus dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel, sind ja immer sofort dabei, menschenrechtliche Fragen sozusagen aufzuwerfen, um ihre reinen politisch-kommerziellen Interessen zu drapieren. Das war sehr auffällig. Kam noch etwas hinzu. Wenn man denn so schrecklich empört ist oder besorgt ist darüber, wie die Menschenrechte dort sind, muss man das irgendwo in einem souveränen Land austragen? Könnte man nicht zu Hause, wo man über Masseneinwanderung gerade solche Mentalitäten bei uns zu Hause hat, könnte man nicht sozusagen vor der eigenen Tür kehren? Also da gab es sehr viel, was nicht gestimmt wäre. Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass diese Weltmeisterschaftsveranstaltung, dass die durch Bestechung zusammenkamen. Also wer die Hose nicht mit der Beißzange anzieht, der weiß das. Gibt es denn irgendeine, die nicht durch Bestechung zustande kommt? Das ist nämlich der springende Punkt. Und mussten ausgerechnet unsere DFB-Funktionäre hypermoralisch auftreten. Ich wäre ein bisschen ruhiger gewesen. Also es gab so viele, die mich wirklich abgestoßen haben. Und das Schlimme ist, dass sich auch noch auswirken auf die konkrete Kampfkraft der Mannschaft, dieser Regenbogen-Kasper Neuer, der dann sagt, sie können uns was, was ich, die Binde können sie uns nehmen, aber nicht unsere Ehre. Und dann hat man ihm auch noch die Ehre genommen und verloren haben sie dann auch noch. Das war peinlich hoch drei. Und das Ausland, Südamerika, überall, die halbe Welt hat über uns gelacht mal wieder. Während ein wirklicher Diplomat wie der französische Ministerpräsident, der dort hingefangen ist, der hat schön plaudernd hier mit seinen arabischen Gastgebern gesprochen. Und er hat mit Infantino geturtelt und so weiter. Der wusste, das macht man nicht. Diese Politik, die im Augenblick getrieben ist, sie ist nicht nur in meinen Augen falsch. Das kann jeder anders behandeln. Sie ist aber auch inkompetent. Sie ist von Leuten gemacht, die keine Vorstellungen von der Welt haben. Das macht mir ein wenig Angst. Bevor wir das vertiefen, würde ich gerne nochmal auf den Umschlag ihres Buches eingehen. Da haben wir eine Bildkomposition, die ich sehr sprechend finde. Wir sehen hier einen Weltmeister in einem alten schwarz-weißen Trikot, der mit einer Siegesgeste den Lederball, den braunen unterm Arm, den Pokal emporreckt. Und auf der rechten Seite sehen wir das neue Nike-Trikot in dem frischen Pink mit Regenbogenbinde. Ein Spieler hält sich den Mund zu, kniet nieder. Und wir gönnen uns eine kleine Musikpause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Sie hören Philosophieren im Kontrafunk mit Matthias Burchardt und Günter Scholt zum Thema Kicken. Herr Scholt, wir haben über die Faszination des Spiels gesprochen, über die Gefährdungen durch Politisierung andeutungsweise. In Ihrem Buch über Fußball war unser Leben, wie Kommerz und Politik die schönste Nebensache der Welt fast zerstörten, sprechen Sie auch über die ökonomischen Hintergründe und haben gerade schon angedeutet, dass die Menschenrechtsfrage immer dann besonders attraktiv wird, wenn man mit ihr Geld verdienen kann. Es gibt natürlich auch noch andere Aspekte, wie Kommerzialisierung im Fußball eine Rolle spielt, nämlich etwa die Fernsehrechte, das Sponsoring, die Werbeverträge und so weiter. Wo hat das eigentlich seinen Ausgangspunkt genommen und ab wann wird es zu einer bedrohlichen Dimension aufgesteigert? Ja, also ich würde sagen, in den letzten zwei, drei Jahrzehnten ist es explodiert. Für mich ist es nie ein Problem gewesen. Theoretisch ist der Sündenfall bereits im 19. Jahrhundert, als England das Profitum eingeführt ist. Aber das ist gleichzeitig auch Professionalisierung, schafft auch gleichzeitig viel höhere Leistungen. Das muss man gegeneinander abwägen. Auch bei der Einführung der Bundesliga war das noch in Ordnung. Und eine gewisse Zeit auch später, warum sollen Leute, die Großes leisten, nicht viel verdienen? Es ist jetzt aber explodiert und das hat Folgen. Das hat Folgen insofern, als die Vereine mittlerweile, selbst die größten Vereine, zu Getriebenen der Gehaltsforderungen gehen. Es sind ja mittlerweile Summen im Rahmen und Ablösesummen oder Vereinfachungen, die in Milliardenhöhe bereits stehen. Und das kann nicht ohne Folgen sein. Das heißt erstens, wie überall, das geht bis in die Amateur-Ligen, wo ja auch übrigens ständig Geld bezahlt wird. Und das geht natürlich insbesondere dort, wo man nicht dem Nirwana internationaler Aufmerksamkeit verschwinden will oder schlicht irgendeinen Abstieg vermeiden. Dort müssen mittlerweile permanent Zahlungen aufgewandt werden, während man früher weitgehend durch Ausbildung den Nachwuchs für die neue Mannschaft rekrutierte. Da ist was passiert. Eine weitere Folge ist eine Überinflation von Spielen. Ohnehin kann man ja über irgendwelche Kanäle jeden Tag Fußball sehen und mittlerweile auch jeden Tag dann auch noch einheimische Mannschaften. Dann gibt es noch die Club-Weltmeisterschaften, die Europameisterschaften, natürlich die Weltmeisterschaften. Zwischendurch werden die Frauen jetzt noch eingeklinkt. Das muss alles untergebracht werden. Nicht nur, dass wir damit sozusagen, dass wir damit bekunden, dass wir die Römer mit ihrem Panemäzizenz bereits weit übertrumpft haben, sondern das führt auch, wie gesagt, zu einer Inflation der Spiele, die die Akteure selbst gesundheitlich bedroht. Das ist unglaublich, was die antreten müssen. Es ist ja nicht so, dass die nur spielen. Das Schlimme sind die Mikroverletzungen, die man immer wieder holt. Und wenn man nicht entsprechende Pausen hat, dann wird es eben zu langfristigen Verletzungen. Dann werden sie gesund gespritzt und irgendwann sind sie früh invalide. Das gilt nicht für alle, aber zumindestens kenne ich genug Schicksale, die eben so verlaufen sind. Das ist etwas, was man sehr, sehr skeptisch sehen muss. Aber ich bin da andererseits auch so desillusioniert, dass ich glaube, das werden wir vorläufig nicht abstellen können. Es ist nun mal so, dass unsere dekadente Rentnergesellschaft offenbar diese Beschäftigungssurrogate braucht. Ja gut, jetzt jenseits von dieser Kulturkritik. Es macht natürlich auch noch etwas mit einem Sport, der früher sozusagen als wunderbare Alternative gelebt wurde, der teils fast als klassenlose Gesellschaft betrachtet wurde. Das war ja das Tolle, dass man in einer Fußballmannschaft, was weiß ich, mit dem Chefarzt eines Krankenhauses und was weiß ich, mit einem Universitätsprofessoren, habe ich nur einmal in unserer Mannschaft gehabt. Aber ansonsten mit allen möglichen, mit Kommersen, es spielte keine Rolle. Hier spielte wirklich eine Rolle, ob man gut spielt. Und diese Verbundenheit über eine gemeinsame Leidenschaft, die wird doch sehr gefährdet. Es ist ganz toll, was aus der Phase auch noch als Hamburg groß war, anfangs der Bundesliga, was da erzählt wird in der Uwe Seele, wie der mit seinen Fans doch tatsächlich eine enge Beziehung hatte. Das ist ein Charlie Dörfel, der rechts außen, dass der mit der Bahn zusammen mit den Fans zum Stadion gefahren ist und teilweise beim Eckball auf Kommentare hin reagierte. Sagte, nein, ich schieße den jetzt dahin. Das ist alles weg. Also wie gesagt, ich habe es empfunden, in dem Sinne Fußball als große Alternative, es zählte nicht mehr ein Titel, es zählte nicht mehr diese typischen, ja nicht zuletzt auch akademischen Verstecktheiten und Dingen, die an einem Beruf wirklich verekeln kann. Es zählte nicht mehr, ob man, da in unserer Mannschaft ja auch sehr viele unterschiedliche politische Köpfe vertreten waren, das zählte alles nicht mehr. Man war plötzlich auf einer Ebene und diese Ebene, und das war toll, die war unpolitisch. Also die Fußballmannschaft als Sozialutopie, als eine Art Schicksalsgemeinschaft, die jetzt durch die Kommerzialisierung einerseits eine Sterilisierung erfährt, indem sie professionalisiert wird, rationalisiert wird und auf der anderen Seite aber eine verborgene Brutalität austragen muss, nämlich den absoluten Verschleiß der Gladiatoren, die sich da für das Volk in die Szene werfen. Ja. Das hieße natürlich auch, die Profiteure dieses Monopolis müssten auf Gehalts im Bußen einfügen, denn man kann ja die Sachen nicht erwirtschaften, wenn man nicht praktisch jeden Tag spielt. Wir kommen zu einer Dimension, die damit unmittelbar zusammenhängt, nämlich die Medialisierung. Das sind ja insbesondere die Fernsehgelder, neben jetzt etwa Sponsorenverträgen mit großen Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall, die mein bisheriger Lieblingsverein BVB Borussia Dortmund eingegangen ist. Ich kündige dem Verein inzwischen meine Loyalität. Die Medialisierung, das Fernsehen wird bei Ihnen auch als ein Treiber dieser Entwicklung identifiziert. Inwiefern? Man kann ja erstmal sagen, diese Aufmerksamkeit ist etwas, was dem Sport gut tut und auch dem Publikum Möglichkeiten eröffnet für jemanden, der sich diesen Stadionbesuch nicht leisten kann. Ja. Das ist es aber nur bis zu einem gewissen Grade. Aber diese Dauerbeschallung ist etwas absolut Übles. Natürlich wird auch die ganze Kommerzwerbung damit noch eingestellt. Man muss auch die Dimensionen sich vorstellen. Ich glaube, die UEFA wirtschaftet in einem Jahr etwa den Staatshaushalt Luxemburgs und als Bankenstandort sind das ja auch nicht gerade die Hungerleiter Europas. Das sind einfach Dimensionen, die gehen in Milliarden. Das sieht man auch in anderen Bereichen. Und das sind Leute übrigens, die dann häufig die Jugend und Spieler sogar davon abhillt, aktiv Selbstsport zu treiben. Sie sind ja ständig genötigt, irgendeinen dieser angeblich Jahrhundertspiele ihrer jeweiligen Klasse und Liga und auch noch europäisch und dann auch noch weltweit zu sehen und haben von daher gar nicht so viel Zeit. Sie verfallen natürlich auch diesen suggestiv gemachten, zwischen eingespielten Werbungsblocks. Das ist ja nicht mehr wie früher langweilig, dass man sage Persil, kauft Persil oder so irgendwas, sondern das sind ja wirklich raffinierte Dinge. Und ich leide darum bei fünf Enkeln, was ich da immer mit ansehen muss. Und von der Politwerbung ja sowieso noch. Also das mit anderen Worten, da ist mittlerweile medial etwas gebrochen. Das war mal einmal im Bereich abends. Kommt noch hinzu, dass die Spiele in aller Regel, damit sie überall kompatibel sind, was weiß ich um neun anfangen. Da gehen Kinder in einem bestimmten Alter, wenn sie noch halbwegs geführt werden, zu Hause ins Bett. Welche Tragödien, welche Dramen sich dort abspielen, kann man sich denken. Ich musste auch früh ins Bett, habe mir dann ein UKW-Radio unter der Bettdecke versteckt und habe dann das Ende der Spiele noch gehört und war dann bis neun Uhr wach und habe mich geschämt und dachte, das geht in die Hose. Mein Eindruck ist, dass die Medialisierung auch einen neuen Typus in der Spielergestalt, in der Spielerfigur erzeugt hat. Wenn ich an Charaktere wie Mario Basler, den Sie gerade erwähnt haben, denke, der dann immer noch mit der Zigarette im Mund oder auf jeden Fall mit einem etwas ungehobelten, aber doch charakterlich völlig nachvollziehbaren Ton aufgetreten ist. Bis hin zu dem Punkt, dass Otto Rehagel dann, glaube ich, gesagt hat, dass der Mario Basler mal für ein Kinderheim spenden muss. Und das war dann auch noch peinlich. Haben wir heute doch relativ homogene Äußerungen. Also man bedankt sich immer, man macht sich klein, man sagt, man muss der Mannschaft helfen. Das ist acht, diese herrlichen Sachen. Wenn einer sieben Tore geschossen hat von acht und dann haben sie heute nicht an 100. Ja, das konnte ich nur, weil grauenvoll. Das haben die gelernt. Das kriegen die heute schon in den Sportinternaten, kriegen die das schon, sozusagen diesen Medienunterricht. Und ganz schlimm, wenn sie irgendwie mal sich spontan äußern, oh je, oh je. Insbesondere in Sachen Politik oder wenn sie was von ihrer Gruppe übernehmen, dann sind sie dran. Denn das scheint mir auch ein wesentlicher Punkt zu sein, dass es eine Gewöhnung in etwas ist, was man vielleicht mit dem Begriff der Gleichschaltung etwas zu hart bezeichnet. Sagen wir in einer Harmonisierung der öffentlichen Kommunikation, die dann eben auch Vorbild für gesellschaftliche Fragen wird. Ich erinnere mich an ein Interview in Sky mit dem Joshua Kimmich, der sich provokativerweise nicht hat impfen lassen und dann nach einem Fußballspiel in ein Verhör gebracht wurde. Und tatsächlich dann mal nicht mit den üblichen Floskeln antworten konnte, wie skandalös das eigentlich war. Ja, das war eine Regelrechte. Er war lange genug. Tapfer, was heißt tapfer? Wir wissen ja nun mittlerweile oder wir könnten es wissen, dass vielleicht nicht für alle, aber für wie viele Leute hier Impfschäden real waren und wie viel angehört. Der Junge hatte Recht. Der hatte Recht und der hat eigentlich sein Recht auf körperliche Integrität eingeklagt und nichts anderes. Aber dazu braucht man ja heute schon. Also die Corona-Agitation des DFB war eine der widerlichsten Erscheinungen, wie man sozusagen von Sportverband her liebedienerisch nur um die Bundesligaspiele übertragen zu lassen, da auf alles eingegangen. Ich erinnere mich an den Oliver Kahn als Präsident von FC Bayern, der auf der Tribüne saß und dann hat man ihn darauf aufmerksam gemacht, weil irgendjemand gepetzt hat. Der hat ja sozusagen völlig isoliert, der hat ja keinen Mundschutz an. Und dann hat er sich den Maulkorb umgesetzt. Und das waren früher Kerne, die, ich meine, Kahn hat sozusagen anderweitig exzessiv. Wir sehen ihn immer noch mit ausgestreckten Beinen durch den Strafraum fliegen, glaube ich, gegen Heiko Herrlich. So eine Geste hätte ich mir in Corona-Zeiten von ihm gewünscht. Ja, 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 das war etwas, wo ich tatsächlich mal Staatsanwälte eingeschaltet hätte, weil das im Privatleben solchen Kung-Fu-Leuten möchte man nicht begegnen. Das war jetzt auch ein bisschen ironisch meinerseits. Ja, das muss ja sein. Man kann manches Ding nur ertragen, wenn man das mit Ironie betrachtet. Die großen Themen der Zeit finden sich alle wie unter dem Brennglas im Fußballstadion wieder. Wir sehen Kampagnen für oder gegen Klima, Krieg, Rassismus, Corona. Auch der Kampf gegen Rechts ist jetzt zum Hauptanliegen der Politik geworden. Was fällt Ihnen dazu ein? Oh, wie viel Zeit haben Sie? Nein. Das ist eine generelle Agenda und man kann ja auf diese Weise rentiert sich natürlich auch von der Regierung beziehungsweise weiter gesagt von der politischen Klasse, rentieren sich natürlich auch die Fußballinvestitionen. Das ist ein Geschäft, ein Do-U-Des, mit dem man einfach eine neue politische Kraft permanent ausgrenzt und sie permanent in irgendeinen historischen, mörderischen Zusammenhang bringt. Eigentlich hätten wir hier anständige Richter, müsste diese pauschale Denunziationsvokabel Nazi müsste eigentlich auch mal bestraft werden. Das wird es natürlich nie, sondern es wird nur im Gegenteil gemacht. Aber grundsätzlich, zu dem gehört ja auch der Rassismus und wenn wir vielleicht darauf jetzt nochmal zu sprechen kommen. Gerne, gerne. Das ist mittlerweile die zentrale Vokabel, ja erstens um die jeweiligen Völker identitätslos zu machen, aber auf der anderen Seite um über angebliche Antidiskriminierung hier wirklich ein äußerst dubioses politisches Süppchen kocht. Rassismus vernünftig definiert, das ist eine Phobie, das ist etwas Krankhaftes. Das heißt, irgendwelche anderen Menschen anthropologisch auszugrenzen, eben möglicherweise die Menschenwürde abzusprechen oder sie gar als vernichtungswürdig zu betrachten. Irgendetwas in dieser denunziatorischen Preislage müsste eigentlich vorhanden sein, wenn man solche öffentlichen Anklagen wird. Das ist es aber nicht. Es ist eine der widerlichsten Etikettenschwindel, die man hier sozusagen in die öffentliche Debatte bringen kann. Denn hier wird etwas verwechselt. Ich habe überhaupt keine Notwendigkeit, Massenimmigration, die nun zweifellos Gesellschaften gelegentlich zu Konflikten führt. Das kann man von vornherein prognostizieren, in diesem Kontext ständig zu diskutieren. Das ist etwas anderes. Und insofern sind auch diese ganzen Umfragen etwas anders. In diesen Äußerungen für oder gegen Schwarze und so weiter, steckt immer auch etwas, eine Art der Politik, eine Art der politischen Behandlung, eine Art der Zumutung, Menschen zu alimentieren, die nie in Sozialsysteme eingezahlt hat. Es steckt etwas dran, dass man sozusagen kollektiv sich nicht dauernd beschimpfen lassen will und unter Umständen dort sogar verhärtet reagiert. Das ist ein ungeheurer Komplex, über den man wirklich mal ein bis zwei Sendungen sprechen könnte. Aber dieses summarische Denunziationsvokabel, das ist etwas für politischen Kampf, aber hat nichts mit einem sinnvollen Art, aus der Geschichte Lehren zu ziehen. Ja, das wird weder den politischen Aufgaben noch dem ethischen Problem in irgendeiner Weise gerecht. Was gelungen ist nach meiner Einschätzung, ist so etwas wie eine ideologische Kopplung vorzunehmen. Man behauptet eine Alleinzuständigkeit für bestimmte gesellschaftliche oder globale Probleme und weist eben auch seine eigene Theorie und Deutungsmodelle als allein gültig aus und alle anderen, die davon abweichen und eine differenziertere Auseinandersetzung und tatsächlich eine Lösung zum Wohle aller Beteiligten zu diskutieren, im Grunde im Vorhinein zu ersticken, oder? Ja gut, in einem kleinen Büchlein habe ich das Problem sozusagen als Postdemokratie bearbeitet, sozusagen Postdemokratie als die entartete Form der Demokratie. Ich würde da ein bisschen schärfer noch formulieren. Tatsächlich habe gerade hier vor mir an meinem Schreibtisch liegen Hannah Arendts Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Und sie beschreibt dort als ein Element des Nazitotalitarismus, dass es keine Sphäre innerhalb der Gesellschaft geben darf, in der jemand etwas um seiner Selbstwillen tut. Ihr Beispiel ist das Schachspiel. Das heißt nämlich da, wo jemand sich zum Schachspiel zusammentrifft, ist sozusagen die Glocke der Ideologie und der Herrschaft des Totalen unterbrochen und es entsteht eine Sphäre des vorpolitischen Raumes, die auch potenziell gefährlich sein könnte für den politischen Raum. Und ich denke, das Ähnliche können wir heute beobachten. Und deshalb wäre meine Frage, ist Postdemokratie nicht fast zu harmlos? Müssen wir nicht von Elementen totalitärer Herrschaft sprechen? Also gut, aber jetzt müssen wir eigentlich über meine Definition von Postdemokratie sprechen. Das können wir hier aber eigentlich in dem Sinne nicht. Ja, bei Postdemokratie, es wird häufig als softe Form von Totalitarismus zu definieren sein. Es behält nämlich noch die Rituale. Es behält noch manche Dinge, die natürlich noch nicht in einen vollen Totalitarismus einmühen. Ja, die demokratische Folklore. Das ist so, der Weihnachtsmann kommt, aber keiner glaubt mehr an den lieben Gott. Die Schablone, das ist alles da, man wählt noch, aber erwägt, ob man, wenn die sozusagen falsch wählen, ob man sie nicht verbieten kann, das sind teilweise die ersten Kommentare. Theoretisch hat man Ämter im Bundestag, aber man wählt nicht und das Bundesverfassungsgericht findet das auch noch richtig, da ja eine Wahl ist. Es ist so grotesk, das, was sozusagen der Erfurter Prozess jetzt gelaufen ist, das ist keine unpolitisierte Justiz mehr. Welchen Prozess meinen Sie damit genau? Ja, dieses alles für, ach, ich darf das ja gar nicht sagen, sonst ist es ja schon scharfbar. Ich habe ja auch einige Semester Jura studiert. Also meine Professoren, wenn sie damals noch ihren Stand hätten, die hätten sich geschüttelt über solche Dinge. Nein, das sind viele Dinge. Man lässt unter Umständen auch noch Lücken, in denen das Recht gilt, in denen dies. Aber es ist eine Zerstörung, die vor allem durch ideologischen Druck, durch Angst und durch Einschüchterung vermittelt wird. Und Corona, das war ja etwas ganz Schlimmes. Da hat man es sogar gemerkt, bis ins Körperliche hinein. Es gibt dort eine wunderbare Zusammenstellung von Markus Klöckner und Jens Wernicke. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Wenn man aus einer bestimmten Distanz, möglicherweise ohne den Gegenstand zu nennen, solche Äußerungen musterte, kritisch würde man sagen, das kann ich ja eigentlich nur in ganz finsteren Zeiten Deutschlands, das kann eigentlich nur da gesagt worden sein. Es ist aber hier gesagt und dieser Druck ist abgegangen. Die Alten sind ohne letztliche Hilfe krepiert. 300.000 in den Altenheimen. Viele Tragödien dieser Art habe ich erlebt. Leute wurden eingeschüchtert und der DFB war hier voll in der Kumpanei. Die Leute hat man Angst gemacht, man hat die Alten etwas, was sie gerade brauchten, Bewegung und so weiter. Das hat man ihnen nicht mehr gegönnt, keine Kommunikation. Und das war alles sozusagen unterbrochen, richtig eingestuft. Nein, schrecklich. Herr Scholt, wir müssen eine Folgesendung machen. Unsere Zeit ist fast vorbei. Es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass man zumindest nicht mit völliger Depression eine Sendung beschließt. Sie haben einen kleinen Hoffnungsschimmer in dem Wörtchen fast in Ihrem Titel untergebracht. Die schönste Nebensache der Welt fast zerstört wurde. Glauben Sie an die Zukunft des Fußballs? Kurze Antwort. Der Fußball als solche wird nicht zerstört werden können. Diese Leidenschaft, diese Freude an Bewegung, diese Freude am Ball, selbst bei Hunden festzustellen ist, nein, das geht nicht, das kann man nicht zerstören. Aber ich hoffe auf irgendeine Zeit, in der die Leute mal merken, dass diese Art von Politisierung ihnen nicht Demokratie und Freiheit bringt, sondern das Gegenteil und dass sie dann auch mal Ehren draufziehen. Auch wenn man pessimistisch ist. Für mich gab es mal ein Ereignis, das mein Skeptizismus in der Geschichte erhält hat, das war damals der Mauerfall ohne Krieg. Ich wusste, dass dieses kommunistische System auf Dauer nicht haltbar ist. Aber ich habe gedacht, das wäre schreckliche kriegerische Verwerfung. Das ist so gegangen. Und an solchen Einzelbeispielen klammere ich mich gelegentlich, was die Hoffnung betrifft. Das möchte ich ganz dick unterstreichen, denn auch in unseren Tagen diskutiert man wieder einen Krieg, der in Europa, möglicherweise sogar in Deutschland toben könnte. Und hoffen wir auf einen friedlichen Ausgang in einer unerwarteten, eben nicht berechenbaren Weise. So wie der Ball dann auch rund ist, ist vielleicht auch die Geschichte nicht berechenbar und mehr als die Summe der einzelnen Interessenlagen und Verschwörungen, die mit Sicherheit zugrunde liegen. Das war die Sendung Philosophieren im Kontrafunk, heute zum Thema Kicken mit dem Gast Prof. Dr. Günter Scholt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio www.kontrafunk.radio